Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Evil Within 2. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir waren ja letztes mal hier stehen geblieben. Ich muss noch ganz kurz die Karte öffnen. Ich werde übrigens die zweite Mission, die Abtrünning, abschließen. Und da wir nachher sowieso eine Resonanz von Lily ermitteln werden, können wir danach auch das eine Gebäude endlich mal begutachten. Aber ich möchte mich mal beeilen, weil wir haben ja übrigens zwei Schlüssel und ich habe auch genug Punkte, die ich jetzt eigentlich für etwas verwenden kann. So, wo muss ich denn dafür nochmal hin? Da. Ich kann Munition, glaube ich, auch herstellen. Dann lasst uns mal beginnen. Sie haben etwas mitgebracht. Ein Schlüssel? Exzellent. Habe ich mich gerade erschrocken. Manche Schlüssel führen zur Erleuchtung, aber dieser gehört nicht dazu. Dieser ist eher weltlich, aber dennoch nützlich. Na los, öffnen Sie einen. Sein Inhalt ist in Ihren Händen besser aufgehoben als hier unter Verschluss. Ja. Gut, das konnten wir gut gebrauchen. Außerdem möchte ich auch gleich noch meine Gesundheit erweitern. So. Außerdem die Athletik. Ähm, hallo? Dann nochmal den Kampf. Ja, wir könnten natürlich mit 3000 Punkten auch ein bisschen was anderes machen. Heilung wäre natürlich auch wichtig, ne? Das wäre auch gut. Erstmal gucken, was die Heilung kostet. 1500. Okay, den haben wir ja sogar noch ein bisschen. Dauert nur ein bisschen, bis es halt da hingeht, ne? Das wäre auch gut. Das wäre auch nützlich, aber die Punkte haben wir nicht. Und die auch nicht. Okay. Dann sparen wir mal die restlichen, nicht wahr? So. Sonst läuft alles. Wir haben mal ein bisschen Munition bekommen, und zwar für ein Scharfschützengewehr. Ähm, wo waren jetzt nochmal wegen Munition und so weiter? Sieben Schuss ist gar nichts. Okay, eine Waffe kann ich hier nicht nutzen. Herstellung. Ich mache mal nochmal 10 Schuss. Außerdem noch eine Spritze. Und wir könnten entweder ein Explosivbolzen. Eigentlich können wir beides sogar herstellen. Und wir können zwei davon herstellen. Gut. Dann haben wir das schon mal genutzt. Und jetzt werde ich nochmal zusätzlich speichern. Denn wie ihr wisst, ist es sau sau wichtig. Wenn irgendwas passiert, befinden wir uns auf der, ja, sicheren Seite. Und den Fehler möchte ich auf jeden Fall nicht begehen. Obwohl das auf Einfach oder Einsteiger gestellt ist, kann das Spiel schon mitunter ziemlich schwer werden. Gut. Okay, wir haben jetzt 17 Schuss und wir haben auch ein paar Bolzen. Ich möchte endlich mal das etwas bessere, die etwas bessere Pistole haben. Gut. Okay, wir müssen, glaube ich, genau da lang. Sogar relativ in der Nähe. Licht brauche ich nicht unbedingt, ne? Aber ich nehme es trotzdem. Oh, ich kann ja was plündern. Wir haben Schließpulver bekommen. Das ist sehr gut. Okay, danke. Da können wir nicht ran. Hier ist auch nochmal was. Ein Fläschchen. Können wir gut gebrauchen. Da drüben können wir nicht ran. Hier ist immer noch ein Berg aus Leichen. Und da drüben können wir rein, ne? Okay. Ich mache mal mein Licht aus. Ich höre was. Und da habe ich mit meinem Controller irgendwie Probleme oder das Spiel oder wie auch immer. Dann dreht sich erstmal die ganze Kamera viel zu stark. Also entschuldigt, Leute. Ah, wartet mal. Aufstehen. Also so groß ist es ja nicht, ne? Der sieht sehr tot aus. Vielleicht schläft er aber auch nur. Jetzt mal ganz im Ernst. Das sieht sehr merkwürdig aus. Okay, erstmal das hier nehmen. Du weißt, wie man mit dem Computer da runterkommt, oder? Was? Du kommst nicht mit? Keine Zeit. Ich gehe zur Lackiererei. Vorrede besorgen. Triff mich im Besucherzentrum, wenn du fertig bist. Im Besucherzentrum? Warum? Ich habe den Überlebenden gesagt, sie sollen sich da verstecken. Ich muss sie erledigen, solange sie noch ängstliche Bürger sind. Es ist einfacher, sie zu töten, bevor sie sich in diese Dinge verwandeln. Guter Plan. Ja, und ich würde... Ein neues Signal. James, wo zum Teufel bist du? Schwing deinen Arsch zum Besucherzentrum. Du wirst nie glauben, was. Na dann auf zum Besucherzentrum. Ja, da gehe ich noch nicht hin. Das hat für mich einen guten Grund. Wir sollten erstmal den Computer nutzen, von dem die gesprochen haben. Und der befindet sich, glaube ich, sogar hier. Oder da runter, genau. Kann ich hier irgendwas plündern? Ah, hier ist was. Eine Sicherung haben wir bekommen. Die können wir, glaube ich, später irgendwo einsetzen. Um die Stromzufuhr natürlich dann zu gewährleisten. Aber das brauchen wir im Moment noch nicht. Deswegen werde ich es auch nicht nutzen. Weil warum auch? So, hier können wir normal aufstehen. Hier bekommen wir, glaube ich, die Schrotflinte, die wir am Anfang hätten gut gebrauchen können. Ja, was zur Hölle. Okay, da ist der Computer schon. Hier haben wir eine Spritze. Die brauchen wir im Moment noch nicht. Da drüben sind irgendwelche Sachen, die wir nicht mitnehmen können. Und Schränke, die wir nicht öffnen können. Aber hier vorne ist Munition. Die können wir gut gebrauchen. Außerdem noch mal ein bisschen Schrott oder Waffenteile. Finde ich sehr, sehr nett. Sieht ja sehr einladend aus hier, nicht wahr? Dann müssen wir durch. Okay, ich dachte gerade, ich höre jemand anderen. Das ist ganz schön verwinkelt hier, ne? Die Gegend. Wow. Das ist sehr einladend hier. Ich hoffe, ich schaff's. Unentdeckt. Diesen Zombie auszuschalten. Und Schuss. Schlaf ruhig. Wow. Warum schleicht der denn überhaupt? Oh, war das fies. Warum hat der sich nochmal hingesetzt? Also das verstehe ich mitunter nicht. Und warum ist die Axt kaputt? Oh, ist das dämlich. Okay, scheint alles, ja, irgendwie kaputt zu sein. Hm, was ist hier wohl hier drin? Okay. Von wo kam das jetzt her? Also ich hab was gehört, aber nichts gesehen, ne? Also, keine Ahnung. Ich glaube, ich muss demnächst immer meine Waffe verstärken, wenn das geht. Weil, leider macht die ein bisschen wenig Schaden. Wir haben ja Waffenteile und die können wir, glaube ich, auch für die Stärke einsetzen. Mal sehen. Alter. Der prügelt da auf die Leiche ein. Aber gleich nicht mehr. Du kannst dich ruhig schlafen, mein Freund. Okay. Das war ein Sicherheitsmann. Ich weiß nicht, ob es der ist, der hier die Befehle gegeben hat. Aber auf jeden Fall wurde er ausgeschaltet. Warum auch nicht? Da können wir übrigens die Tür öffnen, glaube ich. Den Bogen habe ich ja mit. Wäre das jetzt schon gut, den jetzt einzusetzen? Ich glaube nicht. Na, ich hab's fast. Das war einfach. Besser als mit den Codes. Okay, was haben wir denn da? Wirklich da drum. Dann wollen wir ein bisschen Pistol-Munition bekommen. Sehr, sehr schön. Können wir dich mitnehmen. Ja, das ist doch eine geile Waffe, oder? Deswegen hätte ich als erstes hierher kommen sollen. Sie an. Sie nehme ich. Ähm, habt ihr das gehört? Okay. Ich öffne jetzt erstmal die Truhe hier. Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob Sebastian selber die Geräusche macht. Okay, wir haben genug Schrot-Munition. Nach lang kann ich nicht. Und drei Schuss ist das Maximale. Also bei mir hält er die Schrotflinke und hat die wieder zurückgepackt. Okay. Ich kann wetten, ja. Wenn ich den Bogen einsetze und die Tür öffne, kommt mir irgendwas entgegen geflitzt. Okay, bevor ich jetzt irgendeinen Fehler mache. Schnell da hinrennen. Da ist schon mal nix. Okay, wartet mal. Ich kann den Bolzen auch ändern. Da kommt aber bestimmt gleich irgendwas auf uns zu. Ich hab's im Gefühl. Oh, noch so ein fetter. Na, ist ja kein Problem. Den muckse ich jetzt ab. Und tschüss. Du kannst aufstehen. Was ist denn der andere? Der ist genau da. Ich weiß, was ich tun kann. Ha! Hat wunderbar funktioniert. Freut mich sehr. Ich glaube, es kommen aber noch ein paar. Bevor ich jetzt aber abhaue aus dieser Gegend hier. Gucke ich mir erst mal um. Und wie nice. Wir haben noch einen Schlüssel bekommen. Okay, es gibt insgesamt 32 Schlüssel. Und wir haben ja ein bisschen Munition verballert. Die werde ich mal jetzt wieder zurückholen. Nicht, dass euch wundert. Ja, die Folgen könnten wieder etwas länger werden. Vielleicht wieder so 35, 36 Minuten. Wer weiß. Ähm, wo war die hier? Hä? Ich bin voll. Ich muss nachladen. Vielleicht deswegen. Okidoki. Dann können wir jetzt abhauen. Und hoffentlich verfolgt uns nichts mehr. Ihr seht ja. Die Tür bleibt offen. Zum Glück auch. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl. Das war immer noch nicht, ne? Irgendetwas stimmt hier nicht. Ist viel zu ruhig. Ich schleiche ein bisschen. Okay, vielleicht war es doch. Hm. Können wir eigentlich die Karte mitnehmen? Okay, das wäre aber ziemlich geil gewesen, ne? Hätten wir die Karte mitnehmen können. Da ging es hoch. Okidoki. Dann können wir ja wieder zurückgehen. Und, ähm, die Stimme von Lily analysieren, ne? Ich, was war denn das gerade? War das ein Zombie? Keine Ahnung. War sehr merkwürdig gerade. Das Geräusch. Soll uns aber nicht weiter interessieren. Wieder zurück nach Union. Da können wir noch mehr Loot holen. Auf jeden Fall lohnt es sich, die Gegend sich anzugucken. Es gab ja, wie gesagt, schon ein paar Stellen, die ich übrigens vorher nicht kannte. Also, ja. War ich genauso überrascht wie ihr. Das zum Beispiel mit dem Priester oder... Was war denn da noch? Da gab es noch eine andere Stelle, die ich nicht kannte. Genau, wo wir in diese... Wo wir runter mussten, in diesen Keller oder in diesen Lagerraum. Da war ich auch nicht. Also, das war auch etwas, was ich nicht kannte. So, und jetzt wieder zurück. Und da sind wir wieder, in Union. In der 322 Shredder Avenue. Ich wusste es. Das war so klar. Da kommt uns gleich was entgegengerannt. Okay, die macht wieder so eine Art Leichenhaufen. Kann das sein? Ja, ist mir egal. Wo? Na, komm hier auch her. Gut. Ich werde jetzt aber die Munition nicht weiter opfern. Das heißt also, wenn jetzt irgendwas passiert, werde ich definitiv meine anderen Waffen nutzen. Wo mussten wir jetzt hin? Das möchte ich ja noch schnell machen. 150 Meter. Okay, ich kann ja den Busch dafür nutzen. Hehehe, ihr seht mich nicht. Aber ich will euch vielleicht auch gleich nicht mehr. Ich habe eine Idee, wie ich die abmurksen kann. Wo waren das? Das war die Flasche. Ich möchte, dass der da zurückläuft. Okay, da kommt der eh gleich hier. Das habe ich jetzt übrigens extra so gemacht, ja. Weil ich kann nämlich jetzt den Bolzen wechseln. Und den Kopf wegschießen. Alles klar. Weil die können wir nämlich jetzt erwischen, wenn die da langläuft. Was? Die kann mich sehen? Hä? What? Was? Wie ging das? Jetzt habe ich schon wieder Munition geopfert. Egal. Ich höre noch irgendwo jemanden. Hier haben wir noch einen Crowd. Da hinten waren wir ja schon. Okay, ich sollte... Was war denn das? Ein Fläschchen. Gut. Ich sollte mich jetzt langsam beeilen. Wir sind nämlich schon bei fast 24 Minuten. Da ist jemand in Schwierigkeiten. Wo? Diese Dinger bringen sie um, wenn ich nichts tue. Wäre ich die drin? Äh... Das war die aber nicht, oder? Irgendwo hier vielleicht. Ich kann es immer schwer zuordnen. Okay, von hier kam es nicht. Ich kann es immer schwer zuordnen. Weil es hat sich so angehört, als ob es von hier kam. Aber das war es nicht. Oh, was ist denn hier? Na? Was geht hier vor? Tagebuch einer Frau. Der letzte Eintrag in diesem Tagebuch mit unsicher Rand geschrieben. Da ist irgendwas mit mir in diesem Haus. Ich kann es nicht sehen, aber ich spüre seine Anwesenheit. Ich glaube, ich will es auch gar nicht sehen. Ich kann draußen diese furchtbaren Dinger hören. Sie sind überall. Ich habe Angst, rauszugehen. Aber ich habe auch Angst, drin zu bleiben. Ich zittere, aber nicht vor Angst. Warum ist es plötzlich so kalt geworden? Verdammt kalt hier. Äh, Leute, das kenne ich auch nicht. Ich kann nichts machen. Alter, was ist denn mit meinem Controller los? Also, ich weiß nicht. Seit dem letzten Update habe ich Probleme mit meinem Controller. Hola. Das ist so. Alter. Ach du Scheiße. Was zum Teufel geht hier vor? Alter. Ey, ich kenne das nicht mal. Oh, es ist creepy, Leute. Wo soll ich überhaupt hin? Da geht es nicht lang. Alter, ist das creepy. Leute, ich kenne das nicht mal. Verdammt noch mal. Wie komme ich hier raus? Ich muss noch einen Weg hier rausgeben. Oh mein Gott. Ey, Leute, ihr wisst gar nicht, wie grausam und eklig das ist. Weil die erinnert mich an die Grudge-Olle. Oh, was ist denn mit ihnen rumgesinge? Ey, geht es überall nicht lang. Oh mein Gott. Scheiße, habe ich mich... Wo ist die denn überhaupt? Oh, mir klopft das Herz bis zum Kopf. Wirklich. Richtig übel. Da brauche ich eine Sicherung für, oder? Ne, ich brauche eine Karte. Das ist ja super. Aber, wo soll ich denn die jetzt herkriegen? Also hier schon mal nicht. Boah, ist das eklig. Ich kann die übrigens auch nicht schaden, ne? Also wenn ich die anschließe. Boah, ist das übel. Ganz langsam folge ich hier. Alter, ich weiß nicht, wo ich... Die bringt mich vielleicht hier raus. Oh, ja. Ey Leute, ich muss mich beeilen. Oh, ist das eklig. Ich glaube, noch eine Folge werde ich nicht schaffen. Ulla. Noch länger werde ich es auch nicht schaffen. Ich hoffe, ich muss nicht gleich wegrennen. Oh, äh. Alter. War das nur Einbildung? Nein. Das war... Was war das? War das real oder nur in meinem Kopf? Ich weiß es nicht, aber das war... Boah, war das guselig. Dia. Als Relikt aus der Zeit vor den Handykameras. Das wissen wir ja schon. Ähm, wir haben auf jeden Fall eine nächste Information bekommen. Boah, ich hab überall Gänsehaut, Leute. Also ich muss jetzt ganz schnell zum Speicherpunkt. Also das war richtig creepy. Anders kann ich nicht ausdrücken. Wo geht's zum Speicherpunkt? Ist mir egal. Ich muss mich jetzt beeilen. Weil... Wenn ich auf die Uhr gucke, wir sind schon bei über 30 Minuten. Boah, ich wollte das heute mal mit Lilly machen. Ich glaube, nächstes Mal werde ich da genau in der Nähe starten. Damit ihr das nicht sehen müsst, wie ich da hinlaufe, ja. Also nicht wundern. Das mache ich dann extra so. Aber die Folge war auf jeden Fall ziemlich interessant und saugruselig. Also zumindest für mich, der es im Dunkeln spielt. Ich fand ja den ersten schon fantastisch. Aber der zweite ist in gewissen Punkten viel, viel besser als der erste. Vor allen Dingen von den Grusiaspekten her. Vor allen Dingen, weil diese Viecher einfach noch realistischer aussehen. Also in Anführungsstrichen realistischer, ne. Alter, endlich wieder zu Hause. Ja, Leute, ich würde mal sagen, wir werden genau hier beenden. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Ich würde mich auch sehr über ein Abo, ein Like oder ein Konter eurerseits sehr freuen. Und wie gesagt, wir sehen uns zum nächsten Mal. So, bis denn. Und tschüss.